Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Außerdem habe ich mit Adidas einen Wert mitgebracht, der auch einiges zu bieten hat, zum Beispiel das alte Kursziel von Wirecard, 220 Euro. Die könnten nämlich auf der Anzeigetafel stehen, wenn Adidas jetzt der Sprung über die August-Abwärtstrend gerade gelingt und danach die nächsten Hürden auf dem Weg zur 210er Marke aus dem Weg räumt. Von dort aus würden schließlich nur noch die 215er Schwelle und das Allzeithoch bei 218 bremsend wirken, womit wir es mittelfristig mit einem Aufwärtspotenzial von knapp 20% zu tun haben. In der Aktie. Gehebelt kann daraus je nach Risikoneigung auch mehr werden. Apropos Risiko. Die Risiken und Nebenwirkungen will ich natürlich nicht verschweigen. Noch wirkt da nämlich das Mega-Gap aus dem August nach, das heißt, die Kurse schieben in diesem Bereich immer noch und immer wieder Volumen. Dann muss natürlich auf den GD200 geachtet werden, der aktuell bei 198,43 verläuft. Und ganz wichtig ist die Haltelinie an der 195er Marke, die idealerweise nicht mehr unterboten werden sollte. Wäre das der Fall, müsste nämlich mit dem nächsten Test des Oktobertiefs bei 190 und oder des Dezembertiefs an der 180er Marke gerechnet werden. So, kurz und knackig, das war's für heute. Ihnen noch einen schönen Tag, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus, bis morgen! Vielen Dank!